Johann Friedrich Wulpius war ein Amtsarchiver und Registrator sowie der Vater von Christiane Wulpius. Sein Vater Johann Friedrich Wulpius Sen war Advokat in Weimar. Leben 1746 begann er in Jena ein Jurastudium, das er aber aus finanziellen Gründen bereits 1748 abbrechen musste. Er trat eine schlecht dotierte Stelle als Amtsarchiver und Registrator an der Anna Amalia Bibliothek. Ihm wurden Unkorrektheiten unter anderem durch Goethe nachgewiesen, was seine Entlassung zur Folge hatte, er musste sogar ins Gefängnis. Die Anklage wurde schließlich fallen gelassen. Nicht zuletzt wegen der beharrlichen Eingaben in der herzoglichen Verwaltung seitens seiner Tochter Christiane Wulpius und des Sohnes Christian August Wulpius. Johann Friedrich Wulpius wurde mit Rücksicht auf sein Alter wieder in den Staatsdienst aufgenommen. Jedoch auf einen untergeordneten Posten in der Wegeverwaltung, deren Direktor Goethe war. Das geringe Gehalt reichte wieder nicht für den Unterhalt der Familie aus, was seine Tochter Christiane bewog, sich eine Stellung zu suchen. Diese erhielt sie in der auf die Fabrikation von künstliche Blumen spezialisierte Manufaktur von Caroline Bertuch als Putzmacherin. Zwei seiner Kinder erlangten größere Bedeutung. Das waren Christian August Wulpius, der sich als Schriftsteller einen Namen machte, insbesondere mit seinem Roman Rinaldo Rinaldini, der Räuberhauptmann und die erwähnte Christiane Wulpius, die spätere Christiane von Goethe.